Hallo und herzlich willkommen zurück bei Plane Mechanics Simulator mit eurem Wichtelzwerg und Aufgabe 61. Keine feindlichen Kontakte. Überprüfe das Ölsystem. Ja, betanke das Flugzeug, fülle Öl nach und prüfe die Ölfilter. Womit bestimmt wieder beide gemeint sind, oder? Oder war es das andere Flugzeug? Machen wir doch schon mal direkt auf hier. Nehmen den Stöpsel hier schon mal raus. Den auch. Ölfilter, jawohl. Dann kümmern wir uns erstmal um diesen Kollegen. Wunderbar. Gut, war doch noch der eine. Können wir das aber ruhig erstmal so offen lassen. Das war jetzt ungünstig. Halt an, halt an, halt an. So, Aircon wieder weg. Dafür die Leiter. Die Leiter weg. Ach ja, eigentlich wollte ich den Ölstöpsel zuerst, aber der lässt sich gerade jetzt hier nicht so wirklich als erstes anklippen. Das heißt, gehen wir mal die Klappe auf. Und wir müssten es haben. Ja, und wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.